herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme session von minecraft zusammen mit dem oho der nicht weiß was er bauen will ich bin ein depp ich habe noch die tasche voll ich habe vor allem ich habe sie gerade voll gemacht manchmal so ich merke es ruckelt weil ich im hintergrund offen habe weil ich gerade cyberpunk doch am rennen bin und adobe meint wieder von jeder von jedem rennerprinzess dass es länger braucht als beim vorherigen bin jetzt wieder irgendwo bei drei stunden für eine halbe stunde und muss jetzt leider passieren weil es nicht fertig geworden ist das heißt ich muss es doch noch mal wagen und den encoder updaten davon dass das dann auch wieder gefixt ist warum ploppen aus manchen karotten eigentlich keine karotten raus was soll das denn ich freue mich schon mal fluchen von dir ja ich mich auch aber es sind die letzten cyberpunk folgen dann bin ich damit immerhin durch und da kommt noch eine aufnahme weil ich jetzt endlich den back gefixt gekriegt habe ich habe wieder schleim also zu guckst wieder zu wie die kinder sterben nicht plant jetzt den den schleim und tötet den schleim damit der mir hoffentlich endlich schleim gibt und wenn ich guckst du wieder zu wie die kinder sterben ich höre es gerade das reicht mir ich muss es nicht sehen ja ja na komm kleiner schleim spawne doch ich tue auch nur ein bisschen weh bis du stirbst ich kann sogar noch mal ein schleim hinsetzen gleich auch jetzt waren doch sehr schrecklich er darf nicht mehr raus wenn es abend ist oh nee doch nicht das dachte ich gerade wer gespawnt aber nein er darf nicht es ist abend er muss drauf bleiben der darf erst recht wenn es abend ist aber was sagt dann mama schlagen die habe ich schon getötet beim letzten mal ich sag gar nichts mehr oh man ist der mama schlag ah wie schön die da drüben liebe machen das hat doch sonst nicht so lange gedauert hast du vielleicht irgendwas falsch vielleicht weißt du nicht dass du was falsch machst nein jetzt würde ich was falsch machen aber toll jetzt blubber ich ach ja stimmt ich leuchte jetzt na was jetzt ja ich blubber und das blubbern leuchtet was als ob ich zwei schleime da drinnen stehen ja wollte nicht allein kommen hat sie nicht getraut seinen bruder geholt ja die beide jetzt nicht spawnen ihr secke nützt an dich jetzt mann ich hab schluck auf ja da sind sie alle beide hallo tschüss hat der was getroppt ja 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 er hat ja er hat getroppt kannst du schlafen ich hab auch wieder zwei schleime ich schlafe ich laufe noch aber ich schlafe auch gleich schlafe so back to game hoch 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 so jetzt pflanzen wir den schleim auch ein ich hoffe dass er dann nochmal schleim droppt dann kann man uns wieder unseren bauten widmen die bestimmt ganz schnell jetzt dann vorangehen weil das was wir wecken also quatsch wir sind ja noch immer noch bei der scheune ne die habe ich letztes mal gemacht die zweite etage davon also was heißt zweite etage die keller etage damit ich da noch mehr kraft reinstellen kann die schauflatze ist jetzt echt braucht warum ich habe übersehen dass die genau noch zwei hits ausgehalten hat und ist die fröhlich krepiert die mochte halt nicht mehr ne der hatte kein bock mehr jay tenet hier macht so viel liebe das ist doch wundervoll ich kann glaube ich nicht noch mehr tiere dahinten reinpacken das wird schon langsam ein bisschen viel ja es grenzt schon fast an massentierhaltung was ich hier habe und du könntest eine zweite etage machen dann haben sie mehr platz mit anführungszeichen ich weiß nicht ob das so gut funktioniert du sally darfst du es nicht sagen ach der würde das gleiche machen damit der pinken schleim kriegt oh der endlich spawne konnte wenn es dann pink ist oder weil er den pinken schleim braucht weil er den pinken schleim braucht du kriegst den nur dadurch tatsächlich das heißt ich darf das auch noch machen ja spawne kleiner schleim ja ich habe das kleine tüten das ist schön nein da ist nichts getroppt du arsch mann ey jetzt komme ich nie zu meinen laser drills kann ich sand schüsseln ja ah nee sandstone kannst du schüsseln mhm dam 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 ich gebe characters äh warte ich den jetzt in fucking schnall pinken schnau muss ich auch noch machen irgendwoher hatte ich den doch oder Lol, das ist auch mein Händel. Hm? Das ist Klaus. Nein, ich hatte keinen Pink. Das weiß ich nicht. Tschüss. Habe ich den tatsächlich dafür schon für benutzt? Und dafür brauche ich vier. Hatte ich schon mal vier? Lol. Dann packe ich es jetzt da rein. Okay, ähm. Ab nach oben. So, mein Inventar ist auch völlig durcheinander. Weil ich... ...die Sachen aus dem Regal genommen habe. Weil ich das jetzt mal, als ich gespielt habe, im Creative gespielt habe. Da, 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 da. Ab nach unten. Ja stimmt, da muss ich jetzt auskleiden, ne? Warum fehlt da was? Warum habe ich das nicht dabei? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Aber noch viel Wichtiges. Hatte ich da nicht noch Kisten drin? Ja. Ach, das ist ein Basalt-Gravel. Blumen. Das weiß ich nicht. Da, wie viele Leitern habe ich denn bitte? So viel. Das sind auch noch 32. Ähm. Achso, die sind alle leer. Ähm. Ich brauche Holz. Konnte das denn passieren? Dass ich mal kein Holz habe. Geh mal weg hier. Alles. Blöpp. So, das kommt eh weg. Also für die ist es jetzt wurscht, wie es aussieht. Und ich brauche immer noch den... T-Shirt ist es nicht. Ist auch noch T-Shirt. Vielleicht muss ich den Quartids-Couvelstone... Brennen. 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 So. Nein, dieses T-Shirt. Quartids. Quartids. Dann kann ich da Bricks draus machen. So. Ich brauche auch noch normalen Oakwood. Weißt du jetzt mittlerweile, was du machen wolltest? Ich mach grad nen Weg. Weißt du? Und ich hab schon wieder Gravel in der Hose, verdammt nochmal, warum? Schon wolltest du dein Sandstrand nicht austauschen, also dein Gravelstrand? Ach, deshalb hab ich so... Jaaa! Das hab ich aber gemacht, glaub ich. Bin ich gleich fertig. Was? Kannst du damit fertig sein? Mit abbauen. Achso, das heißt du brauchst doch noch Salz zum Hint bauen. Mhm. Das klingt wundervoll. So wundervoll, dass ich niemals mit dir tauschen wollen würde. Baaah. Ähm, so. Ich kann auch einfach an den Erdstranden. Der ist hästlich. Vor allem, das wird ja alles zu Gras. Das bleibt ja keine Erde. Aber hier sind lauter Erdstrände. Aber ein Erdstrand ist doch kein... kein Strand. Kein wirklicher. Ach, mach es, du willst. Das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Huchala! Ja, hoppala! Huch. Bin ich wohl runtergefallen. Es ist schön, wenn ich in den Keller buddel und direkt Höhlen-Sounds habe. So tief ist der Keller nicht. Nee? Nee. Nee. Blöd. Möchte ich mal anmerken. Ich habe mich zusammengerissen. So. Das kann ich jetzt zu normalem Oakwood machen. Reicht's ja immer noch vorne und hinten nicht. Stimmt. Ich habe da alles abgetragen. Zack. Zack. Späthacke. Stimmt. Ich habe die Ingle angefangen auf der Seite zu verkürzen, damit ich da einen größeren Meer-Durchlauf habe. Jetzt weiß ich wieder. Das kommt davon, weil du so wenig Minecraft-Spielst. Hey, du hast doch keine Ahnung, was du machen musst. Aber ich bock mich durch jetzt. So. Erdeweg. Wandweg. Hoppala. Alles richtig. Richtig. Okay. Es kann doch sein, dass ich den Render-Prozess abbrechen muss. Es ruckelt doch arg. Ist aber wenigstens noch nicht weit. Oh, frag nicht. Er ist leider fast fertig. Ja, dann... Ach, ich lass den über Nacht laufen. Ich habe sonst nichts mehr zum Rendern. Das war das Letzte, was ich erinnern muss. Oh, klar. Das kann ich über Nacht laufen lassen. Achso, hier ist das Tintenfisch. Ich vergrößerte dein Leben... Dein Lebensraum. Dein... 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 Achso, der. Ja. Bin ich immer noch lustig. Glaube ich, ja. Ja, immer noch lustig. So. Passiert bei Schlafmangel. Das kam so unerwartet. Ja. Ja, es passiert halt, wenn ich Schlafmangel. Das ist doch lustig, wenn du Schlafmangel hast. Hoppala. Ja, das ist bei mir auch jetzt der Fall. Mach's schön, es wird eine lustige Aufnahme. Mhm. So. Es ist aber schön, dass ich Wände einziehe, die ich danach voll mit Regalen stelle, und man sie dann nicht mehr sieht. Ich könnte die einfach auch unausgekleidet lassen. Aber nein, mein innerer Monk... Ist ein Arsch. Ja, möchte ja unbedingt, dass ich das alles ganz schön fein säuberlich verkleide. Ich glaub, du solltest den mal um die Ecke bringen. Den Monk. Ja. Ich war auch hin und wieder kurz davor. Einfach kalt machen. So, jetzt mach ich kurz den Renderprozess weg. Ach. Ich hab Clay. Jetzt hab ich OBS weggemacht. Smart! Warte, wie weggemacht? Nein, nein, alles gut. Ist doch... Ist doch... So. Stopp. Hast du eigentlich auch schon den Bug gehabt, dass du OBS nicht mehr schließen oder sonst was konntest? Jaja. Jaja. Ich hab's dann abgeschossen. Ich bin ja mittlerweile rigoros. Dann bist du jetzt Nummer 3, den ich kenne, der das Problem hat. Ich glaub, den haben ganz, ganz viele sogar. Ja. So, Adobe Premiere auch schließen. Flup. So, jetzt müsste ich wieder volle Leistung haben. Jetzt müsste auch die CPU runtergehen. Warte, wo war denn das nochmal, dieses Geräusch, dieses Fum? Bei Planets? Keine Ahnung mehr, aber ich weiß, dass wir es mal hatten, ja. Ja. Fum. Jetzt musstest du lachen. Was war denn das jetzt? Ich glaub, das war Planets so. Ach ja, stimmt, wenn man die Wände gesetzt hat, ne? So, so, so Custom-Sachen. Ich glaub, das war ein Stand. Ja. Ja, aber wenn du so Sachen hingesetzt hast. Hm. Fum. Äh, schlafen. Warte, 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 warte. Wo bin ich? Äh. Ach, scheiße. Du hast kein Bett in der Nähe? Ähm. Kann sich nur um Stumpen handeln. Okay, dabei geh ich hier mal kurz. Ich bin schon bei der Brückmau. Aha. Ja, kann, geht eh nicht. Na, ich geh schon mal ins Bett hoch. Ja. Na, schon ruckelt's weniger. Ich fliege. Wunderbar. Warum knallt mir denn jetzt die CPU hoch? Verraschst du mich? Dankeschön. Ach so, sag mal. Ich war mir die CPU bei 20 oben. Wow. Warte, ich kann hier aber noch was. Zack. Zack. Ja, ja. Beenden. Tschüss. Tschüss. So, äh. Ich werde jetzt tatsächlich noch mal Fleisch aus meinem Fleischer holen. Ich hätte gebratenes Hähnchen. Du hast immer gebratenes Hähnchen. Naja, nur noch 15. Ach so, ja dann. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab 1245 Millilie Bucket von... Äh, auf ja... Fleisch. Oh, stimmt. Das ist so ein Spritzack. Mhm. Mhm.